Alles fing mit einem Versprechen an. Um es zu halten, habe ich lernen müssen, aufzustehen, zu gehen. Die Menschen, die ich kennengelernt habe, haben mich aufgeklärt. Ich habe das Gefühl, in einer Folterkammer gelandet zu sein. Dabei fand ich Yoga, ehrlich gesagt, nicht sehr verlockend. Aufrecht stehen, Gleichgewicht, einige Schritte. Das ist mein neuer Kampf. Doch der Schmerz ist überall. Er ist mein neuer Gefährte. Ich erkenne abrupt die Macht des Yoga. Seine regenerierende Kraft für jene, die das Leben gebrochen hat. San Quentin, eines der brutalsten Gefängnisse der USA. Meine Suche ist universell. Sie scheint sich nicht um die Grenzen zu scheren, die der Mensch errichtet. Nun, da ich ein wieder aufrecht stehender Mensch bin, kann ich euch dieser einzigartigen Menschen näher bringen. Eine Kurzzeit. Die Unterricht... Junge ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020